Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, vor zehn Minuten. Und du? 18 Monate. 18 Monate. Es gibt hier so eine Art Lagerflug. Entweder du bist gleich wieder weg oder du bist hier gefangen. Was ist? Hättest du dich verlieben? Nee, keine Bange. Das kann ich nicht. Was würden Sie sagen, wenn ich Sie frage, ob Sie mir in ein nahegelegenes Hotel folgen? Bin ich zu schwer? Ja. Oh, 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 oh. Und du mal. Lexi? Hallo. Habt ihr Vater und Kind gespielt? Wir haben einen Aroni gemacht. Was sind alliierte Sicherheitsdienste? Bei euch sind das die Russen und hier die Armys, Franzosen und Engländer. Und weil die sich nicht vertrauen, hat jeder seine Spion nicht. Die Sicherheitsdienste. Was machen die sicher? Wem soll ich vertrauen? Warum bist du eigentlich immer da? Soll ich mich von euch fernhalten? Vielleicht. Sie haben die DDR verlassen. Warum? Ich sage Ihnen, warum ich aus der DDR weg wollte. Wegen solcher Fragen. Ich sage Ihnen, warum ich aus der DDR weg wollte.